willkommen reisende wir sind zurück bei no man's sky wenn ihr spaß habt und nichts mehr verpassen wollt gerne abonnieren und like nun viel spaß so wir beginnen jetzt mit dem community bauwerk also ich hoffe es klappt so so ja orange ist echt für den arsch blau grün rot weiß grau rot nehmen wir mal das so jetzt müssen wir gleich schnell sein hoffentlich klappt es beim ersten mal bau nicht möglich was soll denn das bau doch weiß hat er nicht ich gehe kaputt so ein mist warum geht das nicht können somit nichts anderem probieren gebrochen nämlich lande pet um hoch zu kommen ha außer das 48 weg ja super und wie hoch ist er da das 48 und das 36 anfangen wir da oben man muss halt so bleibt uns ja nichts anderes übrig ja ja mach jetzt jene weil das scheint ja hier ist klappt ja warum auch immer etwas kurz grün der will partout nicht das war könnten natürlich vom frachter springen aber da habe ich jetzt auch nicht wirklich lust also wenn wir da hoch gehen hoffentlich kommen wir bis oben so und dann zwar da muss ja nur so halbwegs den reißen wir eh wieder ab ganz wichtig die gehen nicht in ganz weiß ist das schon wieder super so ist der ganze rot was sieht am meisten nach schnee aus das hier grün weiß orange ist ja mal weiß ja gut aber ohne orange schweißer ja dann nehmen wir die frau so jetzt geht's los hoch kommen wir denn 7 8 9 10 11 13 15 gut dann bauen wir uns jetzt ab und zu eine eine seite um hoch zu springen die kommen dann gleich wieder weg so stehen jetzt die letzte hier ach was guter geht nicht also da ist eine plattform da ist eine plattform hier eine da eine dann müssten wir wenigstens hochkommen jetzt ist mir die frage worauf ich sie hingestellt da so kurz ein bisschen aufladen so jetzt wieder links aber lieber das jetpack aufladen lassen sonst müssen wir unten wieder anfangen nein nein ah daneben gesprungen das war aber gar nicht gut so ich habe die blau ausgewählt warum sind die ihnen schon wieder orange was soll das die nicht aber die hier was zum henker oder das wirkt nur wegen der taschenlampe so der ist außenblau so wieder ein stück höher gut wir haben keinen mehr dann können wir jetzt unten die abreißen kommen wir nicht dran so 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 können wir den abreißen da stehen wir drauf das war gar nicht gut so und wenn wir den jetzt wieder duplizieren mit so so gucken wie die höhe so ist ja machen noch ein paar so so und ab da fangen wir dann an und zwar naja setz ihn doch da oben drauf so so jetzt auf die andere Seite so wir kriegen wir jetzt den in der Mitte wieder raus oh müssen wir nur von oben machen schade okay wieder eine Plattform bauen wo wir hochkommen da da wo haben wir denn da ist einer da noch ein hin so können wir wieder ein stück höher gucken ja so jetzt auf die Seite wieder gut reißen wir unter uns schon mal und müssen dann noch ein stück höher da stehen wir drauf okay nein können wir noch höher nein oh oh da wollen wir hin so irgendwie das Gefühl wenn ich den rechten lösche fallen wir runter also lassen wir das einfach so jetzt müssen wir hoch und zwar genau zwischen die gut oh nicht runterfallen das ist das beste der weg der weg zwei okay und jetzt der da weg so jetzt muss ich kurz überlegen so der kommt weg ach jetzt kann ich den da nicht hinsetzen super so jetzt müssen wir das mal gucken also der da muss weg da ist keiner da ist auch keiner und hier stehen wir so der da so so der da der muss weg und ja der also wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe gucken wie das von unten aussieht so 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 okay jetzt werden wir auf jeden einen bauen also so 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 hier soll er den hinsetzen so 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 Amen. So. Aha. Hätte ich mal einen breiter bauen müssen? Oh. Shit. Den da nicht. So. Jetzt mal sehen wir, wir hätten einen breiter gemusst. Sag mal. Ah, gut. So. Gucken, da soll die richtige Ebene erwischen. Der muss weg. So. Da muss er rein. Da. Da. Der müsste jetzt eigentlich ein Hiltchen da mit rein, oder? Ja. Warte mal, da fehlt auch einer, oder? So. So. So, dann kann der wieder weg. Ja. Jetzt geht's einfacher nach zwei Reihen. Oh Gott. Heiße Etage. Können wir das nicht mal hier dran bauen. So. So, so, so. Ich hoffe, wir kommen nicht über die Teilegrenze. So, so. Nein, oh, da solltet ihr nicht hin. Da soll der hin. So. Sag mal. Was aus Glas platzieren, ist auch eine Gunst für sich. So. Wir müssen nur gucken, wie hoch wir gehen können, weil das Hopper hat ganz schön viele Teile. Und wir müssen gleich ein Stück höher, sonst kommen wir nicht mehr da ran und können es nicht mehr vernünftig sehen. Ansonsten, wenn wir wegen Teilelimit, dann müssen wir kleiner bauen. Wie sieht denn das von der Seite aus? Ja, bewegt dich doch. So. Ja. Drei. Sagen wir, fünf gehen wir noch hoch. Und dann müssen wir... Also, fünf gehen wir noch nach außen. Und dann müssen wir langsam wieder nach innen. Also. Da einer, da. So. Der wieder weg. Und so. Nein, aha. Dass er den ärgerlicherweise manchmal woanders hinsetzt. So. Weil wir müssen auch noch Innenausstattung und sowas alles mit den, die Berechnung der Teile einführen. Ein bisschen ärgerlich, dass es nicht dran steht, wie viele Teile wir verbaut haben. Aber da wir da was innen holen lassen, müssten wir noch ein paar Etagen hinkriegen. Also, das ist jetzt die zweite. Von den fünf. Und Landeplatz für Flugzeug, äh, Raumschiffe müssen wir auch noch bauen, alles. Und wird natürlich dann mit der Community geteilt, dass jeder sich angucken kann, hierher kommen kann, deshalb ja auch bei einem Portal. Das Doofe ist nur mit dem Fußboden innen drin. Ich habe gehofft, dass er verschwindet. So, also das war die zweite Etage. Jetzt kommt die dritte. Hm, ich mache den da hinten hin. So. Gucken, können wir noch ein bisschen höher gehen. So. Also, dann noch zwei. Und da muss ich auch überlegen, wie ich den Eingang mache. Immerhin hat nur jede zweite Etage dadurch Fußboden. Dann dürfte das gar nicht so schlimm aussehen. Ein bisschen ärgerlich, dass der schwarz ist, aber eigentlich vom Thema her passt das. So. Zwei noch. So. Zwei noch. Einen. Und dann mal von außen. Gucken. Oh nein. Oho. und überlegen ob wir vielleicht eine etage dann weglassen müssen wir mal schauen ich glaube hier drüber machen wir dann ja dann bleiben wir bei also wir gucken mal einmal von außen gleich wenn wir die hier fertig haben aber aufgrund des teile limits machen wir dann wohl hier drüber dann keine erweiterung mehr so So, jetzt gucken wir uns das mal von außen an, ob die Höhe schon reicht. Ja, das müsste eigentlich schon gehen. Dann bauen wir jetzt 5 einfach nach oben. Falls der mich lassen würde. 2, 3, 4, 5. Dann machen wir, warte, 1, 3, 4, 6 und dann... So, wieder zu. Und... gehen da drüber, wieder... Ah, herrgott. So... Wieder kleiner werden dann. Brauchen wir uns schon mal eine Seite, damit wir daran denken. So... Wo wir dann den jetzt hinsetzen? Ja, doch, da ist richtig. So... Gut... Dann... Da... So... Den... Dann hier hin. Wir brauchen gar nicht... zu bewegen noch. Also, zur Zeit. Müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann wieder nach innen. So... Noch scheint es ja gut zu funktionieren. Innen wird wieder lustig, weil er sonst wo die Teile hinbauen will. So... Hoffentlich klappt das mit den Teilen. Aber... Momentan sieht es ja noch gar nicht so schlecht aus. So... Da... Hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann auch hier. Nein. Hier hin. So... So... Das Stück hier. So... So... Ha! Funktioniert. Das ist doch gut. Da hinten. 1, 2, 3. 7 und dann noch hier. 3, hier. Hier wollen wir hin. Nein, da. Ja, gut. Cool, wenn wir das von hier unten stehend zubekommen. Weil... Wird schwierig, hier innen hochzukommen. Obwohl da war ja... So ähnlich wie Stufen haben, müsste das eigentlich... Vielleicht funktionieren. So... Hier... Da hatten wir noch weiter gebaut nach oben. Also hier. Ja gut. Man muss richtig aufpassen, dass die nicht in der Reihe verrutschen. So... Hier. Und dann müssen wir gleich erstmal... Wände zubauen, bis auf eine. Dafür müssen wir aber mal gucken... Wie rum wir eigentlich stehen. Also da unten ist zwar das Portal, aber das heißt ja nichts. Gucken. Also... Da ist vorne. Jetzt die Frage... Wenn wir durch ein Portal gehen, können wir hinten raus? Hoffen wir einfach mal. Also... Können alle bis auf die Wand dazu? Machen wir jetzt die Wand zu. Machen wir jetzt die Wand zu. So... Damit ich das nicht vergesse, dass die zukommen. Soll ja schließlich auch keiner rausfallen. Ich glaube... Warte, den jetzt in Geburt. Alles richtig. So... 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 Ich bin gar nicht so sicher, ob wir unseren Basiscomputer hier hochkriegen. Ich glaube eher nicht. So... So... Dann... Machen wir am besten bevor wir das Dach machen. Innen... Weil... Das sind sehr viele Teile, die wir gerade verbauen. So... So... Natürlich hat man... Weil der Fuß wegfällt, wenn man nach unten geht... Richtig coole Glaswände. Wenn er die denn natürlich alle da hinsetzt, wo sie sehen sollen. So... Also irgendwie glaube ich habe ich mich erkiltet. So... Da... Wenn man das mit den Glitschen besser könnte... Kann man natürlich viel schönere Sachen bauen, ist klar. So... Das kann ich so gar nicht. Also baue ich das so, wie es mir möglich ist. tantITCH .. Gut, die Wanda bleibt erstmal auf. Amen. Vom Glück gehen die so ineinander, die Bauteile. Achso. Hä? Da? Da. Da fehlt einer. Da fehlt wieder einer. Nein. Oh. Nein. Hier. Da. So. Welt haben wir es geschafft. Die Außenwände. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie groß ist so ein Flugzeug? Äh. Oh, scheiße. Ich meine natürlich Raumschiff. Ich habe es doch immer Flugzeug. Keine Ahnung. Wegen dem Eingang. Also 4 mal 4 mal 4 Felder dürfte eigentlich reichen, oder? 1, 2, 3, 4. Da müsste man doch reinfliegen können, oder? Ach, das sind 5. Ach, das sind 5. Okay. Also, kann man da reinfliegen? Oh. Ja. Wir machen vielleicht ein bisschen breiter. So. Das ist vorne. Also, wie viel ist das? Also, komm erst mal, wie viele sind denn das? 6 haben wir gesagt, ne? 2. Ja, 2 ist gut. Ja, 2 ist gut. Also, da müssen wir mal gucken, wo die Mitte ist. Also, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, so 1, 2, 3, ja, 5, 6. Dann haben wir einen Eingang, den wir dann noch bearbeiten müssen. Da habe ich auch schon null Idee wie. Vielleicht müssen wir noch eine Reihe wieder entfernen nach links und rechts. Das müssen wir dann mal sehen. So, und zwar hatte ich gedacht, wir nehmen die Würfel. Und da können wir ja dann das Fenster einbauen. Also wir nehmen das. Ja, wir müssen. Einen, wenn wir einen Kreis machen wollen. Oh ja. Eine Reihe entfernen. So. Es war schön und gut, dass er uns den so hinstellen will. Also. Die Farbe da. Oh, das geht. Das ist ja gut. So. Boah, da kann auch keiner so reinfliegen, oder? So. Wir können den Würfel nicht, also wenn wir ihn drehen, müssen wir ihn von der Hand platzieren. Moment, ich muss auch mal Kissen aufschütteln. So. Also, wenn wir ihn drehen wollen, muss man von der Hand platzieren, weil er dann nicht mehr einsnippt. Das ist halt... Das ist halt... Wir können ja mal gucken, wegen den Lampen. Wo haben wir denn... Da... Also, das soll ja... Ja gut, hier ist kein Nebel, ist jetzt der Effekt ein bisschen... Aber ich hab doch hier ebens... Wie weit... Wenn wir die... In ro... In blau... Wie sieht denn das aus, wenn der da hängt? Das mit dem grünen Leuchten ist natürlich mein Arsch. Hm. Weil wenn wir davon jetzt ganz... Ah, der Trick ist ja witzig. Ach, weil Baukamera gilt auch als... Also, das... Leuchtende ist nur... Wenn man in der Nähe ist. Ah. Können wir den... In rot... Geht das? Oh ja, das geht. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, bitte von so einem Kasten. So. Alter, snappen die nicht ineinander, die blöden Dinger. Hey, auf die Seite wollte... Ah. So. Ha. Achse können wir nicht wählen. Ah, doch, genau. Einmal andersrum drehen, bitte. Ha. So. Ah. 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 Baukamera will mich da nicht haben. So. Ungültige Position. Warum das denn? Hm. Vogel. Und wegen ungültig. Der auch gleich ungültig. Ja, mach doch mal... Da. So. Ja, die Leuchten ist ja nicht angeschlossen. Logisch. Nein, ich hab' die falsche Tasse gedrängt. Super. Da. Aber... Aber es... Ha. Schwebt jetzt nicht gut. So. Oh, ei. Hey, ich muss die Einzelnen verbinden. Ja, kaputt. Das ist ja nicht deren Ernst jetzt hier. Tja. wenn die wiederfinden. So. So. Ist jetzt die Frage. Machen wir hier vielleicht... Blöcke in schwarz. Also ganze Blöcke. Also... Hier. Und legen da dann... Auch diese Platten hin. Wird ja natürlich... Ein bisschen besser leuchten dann, ne? Ja, das machen wir mal. So. Also... Der Würfel... Warte mal, welche Farbe hat denn? Die Würfel denn? Ach, super. Ich ne Farbe ausgewählt hab. Äh. Und da. So. Die hat ein blau, wie die... Fenster. Ja. Puh. Wir stellen mal einen in schwarzen. Wenn da jetzt... Das rot wäre natürlich... Besser, ne? Dann machen wir die in derselben Farbe. Dann können wir den hier duplizieren. Da hinsetzen. Da. So. Jetzt müssen wir da wieder Strom anschließen. So. Oh, da waren die Platten. Rot. Dann legen wir natürlich auch eine bis nach ganz innen. Ich glaub, ich stand es noch. Wo? So. Und jetzt? So. 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 Hä? So. 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 Amman. Ah, lässt er mich da nicht bauen. Im Gegenteil hat es funktioniert. Oh, was zum... Hä, lässt er mich nicht platzieren. Alter, warum lässt er mich da jetzt nicht platzieren? Oops. Shit. Oh. 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 So, jetzt lasse ich doch da platzieren. Ah, jetzt auf einmal. Ah, wir haben oben die zu weit links gebaut. Okay. Dann werden wir das gleich nochmal ändern müssen. So, Kabel. So. 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 So, jetzt dürfen wir das selbe Spiel auf der anderen Seite machen. Also. So. 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 Of. So. 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 Huh. Lass dich platzieren. Das ist ja nicht wahr jetzt. Eben drüben auf der anderen Seite hat es geklappt. Oh, Herrgott, lass dich doch. Es ist doch weiß. Oh, Herrgott, lass dich doch. Oh, Herrgott, lass dich doch. Das kann ja aber nicht wahr sein. Das, weil er es nicht rot anzeigt. Drüben die Platten hat er rot angezeigt. Dann durfte ich sie platzieren. Aber egal, wie es er dreht. Wer will auf der Seite? Ach was, jetzt auf einmal. Ja, super, so seht ihr auch aus. Ich halb in der Wand. 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 Äh. Äh. Wie hat das jetzt hingelegt? Ich halb in der Wand. Ich halb in der Wand. So. Die da sind nicht angeschlossen. So, und das muss... Hm, da hin. Ah, so. Ha, oder lassen wir die Obersten weg? Die leuchten nämlich halb im Raum. So, auf jeden Fall kommt jetzt gleich noch der Innenausbau. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.